Der kleinste, größte Kastenwagen aller Zeiten, hätte ich fast gesagt, ja, aber es ist gar kein Kastenwagen. Es ist ein Teilintegrierter, der Travelvan T590G wie Gustav von Bürstner. Und wir haben eben ein Fahrzeug gedreht, das hat mich umgehauen. Das ist der große Bruder, der 620, jetzt schaue ich gerade noch mal kurz aufs Blatt und das Video müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Der Travelvan T620G mit 6,60 Meter Länge und hier sind wir unter 6 Meter und innen drin, außen alles neu. Das Fahrzeug steht auf Fiat Ducato 8, es hat ein neues Fenster mit drin, was man öffnen kann. Das ist also ein Panoramafenster, gebogen, riesengroß zum Öffnen. Allein das ist eine Sensation, sowas habe ich noch nie gesehen. Normalerweise kenne ich ja diese Panoramafenster hier oben, die hier mit drauf sind. Also sieht man sehr schön, aber die sind üblicherweise nicht zum Öffnen. Das heißt, die sind geschlossen und hier kann ich jetzt wirklich alles öffnen. Ein riesengroßes Fenster, wenn wir gleich mal von innen sehen, liefert Licht, hat bereits schon eine leichte Abschattung mit drin. Das Fahrerhaus auf dem neuen Fiat Ducato natürlich richtig toll und auch das kriege ich natürlich noch mit etwas mehr Ausstattung, wenn ich das denn will. Wie es hier steht, knapp über 70, aber der Basispreis, das geht wesentlich günstiger los. Ich bekomme ein extrem kompaktes Fahrzeug und hier sieht man sehr schön, dass aber keine breiten Spiegel braucht, weil es ist gerade mal so breit wie das Fahrerhaus selbst. Also hier sind die ganz normalen Spiegel drauf und das Ganze sieht hier auf der rechten Seite. Das ist der TT644G Liseo und der braucht natürlich die breiten Spiegel. Das heißt, ich komme hiermit überall dahin, wo auch jeder DPD-UPS-Fahrer oder im Ausland jeder Lieferdienst hinkommt, sechs Meter länger. Das ist natürlich eine richtige Ansage. Das heißt, hier das Auto hier ist so kompakt und so klein, damit komme ich überall hin. Ich habe eine Bodenfreiheit, die ist ordentlich. Das heißt, auch für Schlechtwege habe ich kein Problem. Der Radstand ist sehr kompakt. Das heißt, also hier komme ich wirklich überall mit durch und der Aufbau selber, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, der kleiner geht kaum. Also das ist wirklich klasse. Also gerade für zwei Personen, das werden wir gleich mal sehen. Ich bin sehr gespannt, welche Betten drin sind, wie das gelöst ist, denn sechs Meter Länge, das schreit quasi nach Querbetten. Aber das werden wir gleich mal anschauen, wie das Ganze aufgebaut ist. Das ist der neue Heckdiffusor, der drauf ist. Also ein Spoiler oben drauf, der sehr schick ist. Und 3D-Leuchten kannte ich jetzt auch aus dem Wohnwagenbereich so ein bisschen, aber sehr schick auch. Die Buchstaben in 3D gehalten und unten nochmal so eine sportliche Spoiler-Optik unten. Das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Ja, wir sind in Sulze-Mosmann-Freistaat. Und ich habe mir die mal angeschaut, die Fahrzeuge, also wirklich ein absoluter Wurf. Die Fenster absolut flächenbündig, was natürlich dann auch weniger Geräusche verursacht und auch schick aussieht. Und innen drin sieht man schon eine ganz moderne Optik hier mit drin. Das belastbare Material hier unten mit drin. Und hier von der Funktionalität, das werden wir gleich mal sehen, das hat einen Grund, warum das hier ein bisschen raus ist. Aber ein Fahrrad, das kriege ich hier rein. Locker. Ich denke eher zwei. Also, dass man zwei Fahrräder reinkriegt, je nachdem, wie man sich das Ganze überlegt. Man kann natürlich auch einen Heckgepäckträger drauf machen, aber viele wollen das einmal aus Diebstahlgründen nicht und zweitens aus der Optik nicht. Also, weil so ein Fahrzeug hier, ihr werdet gleich auch mal drinnen das sehen, das ist sehr edel gemacht. Ich habe eine Zentralverriegelung für die beiden Schlösser, die kann ich auch von innen dann nochmal öffnen. Ich habe eine kleine Tür auf der anderen Seite. Gut, ich bin auf sechs Meter. Ich bin sehr gespannt auf den Innenraum. Also, ich habe eben da ganz kurz reingeguckt, aber ich habe es gleich wieder vergessen, damit ich diesen Überraschungseffekt für euch ein bisschen aufsparen kann. So, ich gehe mal kurz hier auf die Seite. Da sieht man es, also zwei Serviceklappen. Das ist nochmal für die Gasflaschen, die hier mit drin sind. Und hinten die gleiche Größe, sieht natürlich optisch sehr schick aus, für die Heckgarage. Ich gehe mal schnell rein. So, lass mal sehen, wie sieht es innen aus. Und haben zunächst mal die Aufbautür mit einer elektrischen Funktion. Ich gehe mal an, dass hier die Zentralverriegelung mit eingebaut ist. Denn hier habe ich ein kleines Kabel mit dabei, das mitschwingt. Fliegengitter. Habe hier eine Verdunklung für das kleine Fenster, was ich hier mit drin habe. Und wenn ich reinkomme, von der Optik her, die gleiche Optik wie im großen Schwestermodell. Das heißt, ich habe hier so eine, ja ich sage mal so eine Art Stoffoptik auf dem Boden, die aber sehr, sehr, sehr pflegeleicht ist. Also ich habe nicht so große Rillen mit drin. Ich habe hier helle Farben, habe noch ein bisschen Holz, nicht zu viel, nicht zu wenig. Also Holz fast nur noch angedeutet. Und der Rest sind so Naturtöne in Grau, in Braun, in, also wirklich viele Farben, ganz viel Silber drin. Das werdet ihr gleich sehen. Also wir haben viel Silber, wir haben Leder mitverarbeitet. Im etwas größeren Modell war sogar auf der rechten Seite ein großer Kleiderschrank mit drin. Wenn ich hier reinkomme, ein großer ergonomischer Tisch, der nochmal ausgeklappt werden kann, unten zur Erweiterung. Dann was ganz Neues, ein kleiner, oh ja, der Kleiderschrank ist auch drin. Toll. Der ist wirklich, den muss man zeigen. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Also in so einem kompakten Modell habe ich hier oben so eine Glasoptik oben drauf, die also sehr, sehr schön ist. Und habe hier einen kompletten Garderobenschrank mit drin, der jetzt mit Fächern ausgestattet ist. Aber die kann ich rausnehmen und kann hier meine Jacken reinhängen. Das ist phänomenal. Noch nie gesehen. Und da an dem Schrank, da ist jetzt das Rückenpolster dran. Jetzt kann man sich ja fragen, wer soll denn da Platz nehmen? Das ist doch viel zu kurz. Kein Problem. Das kannst du rausziehen. Und dann können auch ausgewachsene Personen darauf Platz nehmen. Und wenn man jetzt diese Erweiterung hier auszieht, man kann also den Tisch hier drehen, dann kommt dieser Tisch einmal direkt zum Beifahrersitz. Und die Person, die hier sitzt, die kann entweder jetzt die Füße drauflegen. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Da hat man so eine schöne Verlängerung mit drin. Oder es kann da wirklich eine Person sitzen, zu Gast sein und essen. Das ist das Fenster, von dem ich euch eben erzählt habe. Dieses riesengroße, jetzt zu öffnende Fenster, das auch noch gebogen ist. Das hier so eine Grundtönung hat. Das kann man eigentlich ganz gut erkennen, wenn man hier nochmal durchguckt. Also da sieht man die Grundtönung. Man kann aber komplett raussehen. Und ich kann es natürlich auch, kann die Blicke dann hier aussperren, indem ich hier das Rollo, das Sichtrollo dann zumache. Ich habe auch ein Fliegengitter mit drauf. Ich kann es also dann bei lauen Sommernächten komplett offen lassen und kann es komplett hochstellen. Also richtig hier stoßlüften. Die Lederoptik habe ich euch schon gezeigt. Also überall habe ich hier ein Kunstleder mit Sichtnähten mit da drauf. Ablagefächer hier mit drin. Der Fiat ist natürlich mit seiner neuen Optik mehr PKW als LKW. Der Fiat Ducato 8 und viele kleine Details wurden verbessert. Hier jetzt keine Klimaautomatik, sondern manuelle Klimaanlage, aber mit einer Klimaanlage mit drin. Also die Klimatisierung hier ist so ähnlich, wie man das kennt bei etwas älteren Fahrzeugen. Ich drehe es in der Mitte, da habe ich so meine 20 Grad. Das Ganze gibt es dann auf Wunsch dann auch noch mit einer Klimaautomatik, so dass ich fest einstellen kann. Zum Beispiel 22 Grad erhält die Temperatur. Ich habe Remi, Verdunkungssysteme, Industriestandard eigentlich. Und die habe ich dann auch vorne. Jetzt mal hier rangehen. Das ist übrigens auch die neue Türverkleidung, die jetzt da ist. Und da habe ich eine gute Nachricht an alle. Die Zusatzlautsprecher, zum Beispiel von Karatek, die passen auch unverändert in diese Türverkleidung rein. Es ist auch eine Vorbereitung mit drin. Das heißt, alle Kabel für die Radios liegen üblicherweise auch schon. Das heißt, da muss man also nicht mehr viel nachrüsten. Kommen wir nochmal auf die Sitze. Hier jetzt keine Lederoptik, sondern Stoff. Aber so eine Art, wie soll ich sagen, so Segeltuch. Also es fühlt sich auch so an, als wäre es so eine Segeltuchoptik. Und hier in der Mitte habe ich dann so Einlagen, die sind gesteppt. Ganz natürlich in automotiver Qualität, das heißt langlebig. Und die Auflagen sind nicht nur einfach so übergezogen, sondern da hat man das Ganze sehr aufwendig hier verarbeitet. Der Tisch, und das ist der Blick rein. Und es ist ein Querbett. So viel kann ich euch sagen. Das ist übrigens mit den Beinen auflegen. Also hier ziehe ich raus und kann hier schön meine Beine auflegen und kann es mir hier gemütlich machen. Abends meinen Film schauen. Da oben ist übrigens an der Wand, rechts oben, da ist schon die Fernsehvorbereitung montiert und der Auslass für den Fernseher ist mit dran. Das können wir uns gleich mal anschauen. Der Gurtbock ist hier dahinter. Harmony Line ist hier eingesteppt. Also sehr edel von der Verarbeitung her. Hier ist hier ein großes Hebe-Kippfenster, aber nicht zum Kurbeln, sondern sehr schnell zum Öffnen. Das ist eigentlich der Luxusklasse vorbehalten. Das ist hier mit drin. Hier kann ich also ruckzuck, und ich komme auch gut dran, denn ich kann das Fenster nämlich öffnen von dem beheizten Doppelboden aus. Wenn ich hier draufgehe, das sind nochmal 10 cm, sodass auch Leute mit etwas kürzeren Armen hier dran kommen. Ja, das ist die neue Polsterung. Sie ist nach unten verjüngend, nee, nach unten verbreiternd, sodass ich hier also nicht ganz gerade sitze, sondern sehr ergonomisch. Und die Sitzbank öffnet sich so ganz leicht nochmal zu mir. Das sieht man hier, sodass ich noch etwas bequemer einsteigen kann. Und das, ja, ich hätte fast gesagt, im Kastenwagen. Wir haben ja hier Kastenwagenabmessungen. 6 Meter Länge. Wir haben hier eine Breite von exakt dem Basisfahrzeug. Das heißt also, wir sind super kompakt, brauchen keine extra Außenspiegel, kommen überall durch. Und zwei Personen, die haben hier richtig Freude drin. Das ist uns die Fernsehvorbereitung, die schon mit drin ist. Hier unten dann die Auslassdose. Aus dem Möbelbau, das kennt man ja, dass man also hier an dieser Wand ja auch den Fernseher gleich montieren kann. Ja, Küche. Jetzt hier noch kurzer Blick auf das Fenster. Und was ich euch natürlich auch nicht vorenthalten darf, wir haben hier ein ganz tolles System eingebaut, bei dem ich jetzt einmal durchgucken kann. Und jetzt kann ich die Verdunklung also so machen, dass also hier nochmal geschützt ist. Und hier muss ich dann gar nicht runter machen, jetzt kann auch keiner mehr reinschauen. So, ich ziehe es gerade nochmal hoch, also ganz schick. So, Küche. Kannst du mal zeigen. Da, klar, 40 Zentimeter, 60 Zentimeter weniger. Das macht sich dann nicht nur im Bett bemerkbar, sondern auch in der Küche. Die ist ein bisschen schmaler. Ich habe einen Unterbaukühlschrank hier mit drin. Zwei große Schränke, aber hier sieht man sehr schön, wie hier an dem Platz auch gearbeitet wurde. Der Durchgang ist so breit, dass ich mich auf keinen Fall irgendwie erdrückt fühle beim Durchlaufen. Das heißt, hier habe ich wirklich viel Platz. Ich habe ein Dreiflammen-Kochfeld, Piazzuzündung und meine Spüle mit dabei. Die Oberfläche ganz glatt. Also es ist wirklich so, fühlt sich fast samtartig an. Das muss man einfach mal erleben, die Haptik. Und überall Hochglanzklappen mit Holzoptik und einem sehr satten Verschluss. Also wenn man diesen Sound, so muss das klingen. Nicht klong, sondern richtig satt. Ja, Bart. Richtig vollwertig, großes Bart. Das werden wir gleich mal sehen. Es wird wahrscheinlich genau das gleiche sein. Hier an der Seite habe ich einen Griff zum Einsteigen. Den werde ich brauchen, denn ich kann nämlich hier meine Ausstiegshilfe, die kann ich einfach hier rausziehen. Hier habe ich nochmal einen großen Kleiderschrank mit 230 Volt. Sicherung mit drin. Zwei Fächern auf jeden Seiten und kann also hier nochmal richtig laden. Machen wir gerade an. Licht ist auch hier drin. Also hier habe ich nochmal Stauraum. Da kann sogar einen Hund rein, kleiner. Kann mir offen lassen dann. So, machen wir mal zu. Da unten habe ich, er sieht aus wie ein Warmwasserboiler, der hier drin ist. Und dann die Ausstiegsstufe und die macht das dann natürlich sehr einfach hier aufzusteigen. Wir filmen nochmal gerade rein. Hier sind die gleichen, die gleichen Folgen mit drin. Hier oben das Dometic-System, Schienensystem, bei dem ich die Lampen, also wirklich dann auch Schienen, hier kann ich aber auch Zubehör reinhängen, USB-Steckdosen und, und, und. Und das Ganze auf einer Seite. Hinten habe ich nochmal drei Klappen, die oben drüber sind. Und das ist mein Bett, die komplette Liegefläche. Ja, wenn man nicht zu lang ist, dann ist das die Lösung. Sechs Meter Länge. Also mir würde das sogar langen, wenn ich alleine unterwegs bin, mache Außendienst, mache Filmarbeiten. Da habe ich schon in kleineren Wohnmobilen geschlafen. Gucken wir mal drunter. Lattenrost. Und eine sehr aufwendige Matratze, die hat sogar so Silberelemente drin, habe ich eben. Aber in den anderen Videos lohnt sich auch, das andere Video zu schauen von Bürstner. Und dieser massive Griff, bei dem ich mich dann auch festhalten kann beim Aufsteigen, ist, glaube ich, ganz vielen Leuten ganz, ganz wichtig. So, das drücke ich mal rein. Da ist der kleine Schemel drin. Dann schauen wir uns nochmal die Schubladen an hier. Also hier habe ich meine Gasabsperrhähne, die sind verdeckt. Und hier dann Besteckschublade und zwei Schubläden. Darunter ein großes Fach für Töpfe. Kühlschrank, können wir mal öffnen. Auch der hat ordentliche Maß. Dazu gehe ich aber am besten auf die andere Seite. Wenn ich jetzt hier drin stehe, dann habe ich hier einen Blick in den Kühlschrank mit Gefrierfach und stehenden Flaschen. Der Möglichkeit, stehende Flaschen denn auch zu befüllen. So, Bad. Guck mal gerade, hier vorne Spiegel, Garderobenhalter mit dabei und das Bad dürfte das gleiche sein wie im anderen Jahr ist es auch. Es ist vollkommen baugleich. Da habe ich zwei Abläufe mit drin, eine Kassettentoilette, drehbar, viel Platz und ein Schwenkbad. Und phänomenal hier ist die Größe des Toilettenschranks. Da haben manche Wohnmobile Kleiderschränke in der Größe. Und hier habe ich wirklich einen großen Toilettenschrank mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fächern, bei denen ich dann auch wirklich viel unterbekomme. Da habe ich zusätzlich noch ein Fach für das Toilettenpapier. Das ist hier. Kann man sehen. Also da wird das Toilettenpapier eingehangen und hier herausgeführt an der Seite. Und damit das nicht nass wird, das könnte man da tun. Ja, dann könnte man einfach das Schwenkbad zurückschwenken, wenn ich dusche. Das macht mir, da oben ist die Entriegelung. Ziehe es dann zu mir und habe dann die komplette Dusche hier drin, also der komplette Bereich als Dusche. Damit das nicht nass wird, was hier auf der rechten Seite jetzt zu sehen ist, da gibt es dann diesen kleinen Vorhang mit dabei. Den schließe ich und dann kann ich duschen. Sehr cool. So, hier nochmal zwei Haken. Das sind jetzt die Haken an dem Auto. Wenn Sie nach einem Haken suchen, da sind sie. Und hier sind auch nochmal zwei. Denn Haken kann man gar nicht genug haben. Beim letzten Fahrzeug, ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt waren, da waren hier vorne auch nochmal zwei Haken. Guckt mal gerade, ob das Fahrzeug könnte sein, dass das auf Diesel steht. Das können wir uns gleich mal draußen anschauen. Man sieht es am Ausgang, ob eine Dieselheizung oder eine Luftheizung verbaut ist. Und hier ist das Benin-Panel. Also hier sehe ich, wie ist meine Bordbatterie befüllt, meine Aufbaubatterie und die Wasserstände. Die sind natürlich hier. Das ist die Wasserpumpe. Wir üben es an und aus. Und die sind natürlich leer. So, wir gehen mal raus. Gucken wir uns nochmal die Heizung an. Ich kann ja auch einfach ablesen. Aber ich schaue mal gerade an. Also wenn es eine Truma D ist, ich tippe mal drauf, weil ein Boiler mit dabei war. Könnte es eine Truma Diesel sein. Mal schauen mal. Ein bisschen empirisch hier arbeiten. Nö, sieht aus wie eine ganz normale Truma 4, die hier mit dabei ist. Was das mit dem Boiler aus sich hatte, kann ich jetzt auch nicht sagen. Das ist übrigens der Ablass für das Grauwasser. Der ist hier drunter. Und diverse Serviceklappen. Das lasse ich jetzt mal offen. So, hier sind wir. Bürstner Harmony Line Travel Van T590G. Mit einer ganz schmalen Breite. Das sieht man auch hier im Vergleich zum Schwestermodell, dem Liseo. Der an der Seite nochmal richtig aufbaut. Hier sieht man also schön den Aufbau nochmal. Baue ich auch breitere Spiegel. Habe ich hier ein sehr, sehr kompaktes Modell. Preislich liegen die nicht auseinander. Also sagen, also gut, ist ja kleiner, dann spare ich nochmal ein bisschen Geld. Kostet hier 70.173 Euro. Kostet es, wie es hier steht. Das Fahrzeug und geht los beim Basispreis von 59.050 und Länge 5,99 Meter. Die Breite nur 2,20 Meter und die Höhe 2,75 Meter, 3,5 Tonnen. Und Masse in fahrbereitem Zustand muss ich dann noch rauskriegen. Aber üblicherweise haben diese kurzen Fahrzeuge meistens so um die 500 Kilo Zuladung. Wir sind beim Freistaat in Sulze-Moos. Vielen Dank dafür, dass wir filmen durften. Und heute haben wir den, warte, ich gucke mal auf die Uhr. Den 18. Januar 2022 ist es auch schön kalt hier beim Freistaat in Sulze-Moos. Ja, wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie unseren Kanal. Gucken Sie mal, ob Sie die Abo-Taste gedrückt haben. Schauen Sie auch ruhig jetzt mal nach. Und wenn Sie gerade dabei sind, tippen Sie doch mal bei YouTube German Television Plus ein. Ist auch vernetzt bei unserem Kanal. Und den können Sie auch gleich abonnieren. Da geht es um das Thema Elektromobilität und Fahrräder. E-Bikes. Tschüss. Danke fürs Einschalten.